Hallo liebe Facebook-Freunde, in zwei Monaten ist es wieder soweit und Weihnachten steht vor der Tür. Und wenn ihr genau wie ich keine Ahnung habt, was ihr euren Liebsten dieses Jahr schenken sollt, dann habe ich hier jetzt vier heiße Tipps für euch. Wie wäre es denn mit Tickets für Dresdens schönste Weihnachtsshows? Zum Beispiel im Prinzenkeller in Niederbarta. Lasst euch in die Erlebniswelt des Mittelaltes entführen und erlebt stimmungsvolle Atmosphäre bei Fackellicht und Kerzenschein. Oder feiert mit Miss Efi und Mr. Loy bei Cabaret im Palais, in einer glamourösen und atemberaubenden Show mit Musik, Humor und Tanz, Erotik und Artistik und jeder Art von Sinnlichkeit. In Merlins Wunderland gibt es den zweiten Teil der erfolgreichen Arzt-Serie, die Wunderland-Klinik 2. Dracula lädt zu seiner Hochzeit und die Klosterfrauen küssen heiß in einem heiteren Spektakel mit allerlei mitreisender Musik und göttlichem Spaß. Und natürlich lädt der Pate auch wieder zur großen Familienfeier ein. Mafia Mia, heiße Nächte in Palermo gibt es wie jedes Jahr hier im Ostra Park in Dresden. Tickets gibt es da, wo es Tickets gibt, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf eventim.de oder natürlich unter unserer Ticket-Hotline 0351 421 9999. Hey, und noch ein Tipp. Ich habe gehört, noch in dieser Woche beginnt der Kartenvorverkauf für die Dresdner Schlössernacht. Pshhhh! Pshhhh! Untertitelung des ZDF, 2020